Im Sommer wird Sarafina Wollnys drittes Kind auf die Welt kommen. Während die Schwangere von ihrer größten Angst berichtet, hat das Netz nur Augen für ein Detail. Sarafina Wollny ist nervös. Das liegt an der Schwangerschaftsphase, in der sie sich aktuell befindet. Ihre Zwillinge Kasai und Emory kamen nämlich in Schwangerschaftswoche 30, Tag 4 auf die Welt. Viel zu früh. Und genau so weit ist Sarafina aktuell. Macht es dich nervös, dass die Jungs jetzt um die Zeit schon geboren wurden? Wollte ein Fan im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram von der 28-Jährigen wissen. Das macht mich echt nervös. Am Mittwoch bin ich bei 30 plus 4 und da sind die Jungs geboren, so der RTL 2-Star ohne Umschweife. Die Wollny. Sarafina Wollny hat Angst vor einer verfrühten Geburt. Ein ernstes Thema. Immerhin war nach der Geburt von Emory und Kasai lange nicht klar, ob die Knirpse die viel zu frühe Geburt ohne Folgeschäden überstehen. Heute sind die beiden glücklicherweise wohl auf. Doch die Erinnerung ist bei Familie Wollny noch sehr präsent. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Peter Wollny mit News gemeldet und berichtet, Sarafina gehe es nicht gut. Um sich zu schonen, verkroch sich die Blondine im Bett, während ihr Ehemann einen Angelausflug machte. Auch in den nächsten Tagen möchte sie sich schonen. Bist du am Samstag auch auf dem Konzert von Estefania? So ein E-Follower in? Leider nicht. Ich bin hochschwanger und möchte kein Risiko eingehen. Wäre gerne dabei. Aber wir werden per Video live dabei sein. Verrät Sarafina am Montag, 30. Mai 2023 Die Wollnys Bekommt Sarafina Wollny diesmal ein Mädchen. Wegen Unterbauchschmerzen war Sarafina im Dezember 2022 zum Arzt gegangen, wo überraschend ihre Schwangerschaft festgestellt wurde. Und es wurde dann eine Züste festgestellt, 5 x 6 cm groß und die Schwangerschaft. Die Züste ist auch erst in der 20. Schwangerschaftswoche weggegangen, berichtet Peter Wollnys Ehefrau noch einmal in ihrer aktuellen Insta-Story. Während die 28-Jährige in Sorge um ihr drittes Kind ist, haben die Fans aber nur Augen für ein anderes Detail. Unter einem Beitrag, den Sarafina in ihrem Feed teilte, wird wie wild über das Babygeschlecht diskutiert. Die Fans sind sich sicher, Baby Nummer 3 wird es ein Mädchen. Sarafina Wollny und Peter beteuern unterdessen, dass sie das Geschlecht ihres dritten Kindes noch gar nicht kennen. Das Paar möchte sich überraschen lassen. Wir sind gespannt, ob ihre Follower-Innen am Ende recht behalten werden. Sobald es News zu den Wollnys gibt, bekommt ihr hier ein Update. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017